So, moin Leute, willkommen zurück zu einer illustren Runde Plants vs. Zombies. Heute rocken wir genauso wie letztes Mal und mit dabei sind der Alucard, Vex, Brugger und der Maddy. Der Maddy ist auch noch da, habe ich gehört. Das wird schön, das wird schön. Oh ja, das macht so einen Spaß, Leute. Oh, die das sieht cool aus. Wir spielen wieder den gleichen Modus, Gärten und Friedhöfe, wie letztes Mal auch. Und wollen wir mal gucken. Das sieht schön. Das sieht man auf der Pflanzenseite. Oh, jawohl. Dann haben wir mal was Neues gesehen hier. Soll ich, ich spiel jetzt mal die Kaktus. Ich, ich wollte den auch mal, damit wir den mal gesehen haben. Wobei, die sind eigentlich ganz cool, die Kakteen, da kannst du halt so schön anzoomen mit den. Ich nehm auch mal. Ich spiel jetzt auch mal die Kaktus. Ich finde, auf der Map kommt die Grafik nochmal richtig gut zu sehen. Boah, ist das schön. Das ist zwar nicht high-end, aber das ist stimmig ohne Ende. Ja, passt halt perfekt, oder? Wie ist die lauere? Einer hat eine Wasserbombe auf dem Kuss. Wow, ist das da eben? Ich hab so nen Bauern. Ach ja, Wächs hat so nen Sonnenhut. Ja, genau. Ich schlitter auch gerne. Oh, das ist krass. Hier zum Beispiel, die eine Blume ist ne Feuerblume. Die seht ihr hier, die brennt so. Ja, die seht. Ich hab jetzt... Oh, die... Boah, die seh ich da nicht. Muss sagen, das Feuer sieht richtig cool aus. Ah, da geht's ja schon los! Ah! Kommt die denn? Zombies kommen von oben, vom Bär. Gut, ich dachte, die kommen von der anderen Richtung. Oh mein Gott. Verdammt. Von den Misty Mountains. Da hinten seh ich doch was. Oh! Oh, die schießen von da ganz oben runter. Wie soll man die denn treffen? Ich glaub, der passt drumherum, der hat aber ziemlich viel Angst. Ähm, der, der... Barrel Pirates. Ich will nehm mal was richtig Schlechtes sehen, weil... Also alle, die jetzt bei Vex, Dage, Karte oder Ruhe kriegen, ne? Guck mal bei mir. So macht man ja. Voll einer, wisch. Ich war ja letztes Mal schon der Schlechteste. Im ganzen Spiel. Ich bin aber noch schlechter als einige Leute, die nur AFK an der Basis rumstanden. Das muss man erst mal schaffen. Ich glaub, die Zombies haben gar keine Lust. Hier kommt gar keiner. Doch, da ganz hinten seh ich einen. Hinten am Ufer. Jetzt sehe ich, dass wir das mit dem Anzoom hier funktionieren. Das ist der Einzelne, der sich gerade überlegt, ob irgendwas machen soll. Das sind aber genauso viele Zombies wie Pflanzen da. Was haben sie vor? Große Bestellung. Ja, Kaktier Level 3, geil. Das ist ja schön. Einer trägt den anderen. So ne riesige Zombiebauer. Ja, genau. So ne richtig schöne Zombiebauer. Der Kaktus ist mal krank. Was ist der für Schisser hier? Das ist ja geil. Ja, eben. Das wird echt ein spannender Part für meine Zuschauer. Ich glaub, die haben gerade keine Lust hier irgendwie anzumachen. Wir sehen bei gar nichts. Sie kommen langsam angeh... Wackeln. Gleich geht's richtig los. Die nutzen auch die Kombo. Ja, das ist super. Macht auch voll viel Spaß. Und damit dann wen Kills. So, der Kaktus ist definitiv nicht meine Klasse. Der ist super. Ich bin die Klasse, den Kaktus. Da haben die so Reichweite. Ach, guck mal, der hat sich getarnt. Der hat ausgesehen, wie jetzt hätte eine Blume auf dem Kopf, der Zombie. Na gut, das ist Schummeln. Das macht man nicht. Das ist so ein Inuit-Kopfteil. Genfer-Konvention, Leute. Der Kaktus ist ja wohl so in den Schuss. Die Parteien müssen sich klar voneinander unterscheiden. In einem optischen Merkmal. Ja, aber wir schießen auch die Medics kaputt. Oh, ja, aber... Geht, geht, geht. Ja, heil mich, heil mich. Spielcharakter wechseln. Was ist denn Boss-Modus eigentlich? Boss-Modus ist quasi... Ja, das hast du schon gesagt. Bist du ein Tank? Dann spielst du so richtig Plans für das Zombie. Du musst auch die Sonnenenergie einsammeln und so. Oh Gott. Der Commander-Mod vor dir... Nee, lieber nicht. Aber der ist schon wichtig. Der hat schon echt viel Einfluss auch auf das Spiel. Ja, dann mach ich das am besten mal gerne. Also man merkt auf jeden Fall, wenn ein Team den hat. Ich kann nicht gegen die Wien. Ich hab's immer schau auf. Bei Krieg ist irgendwas. Vielleicht ist es irgendwie ein bisschen zu was rein. Ich hab' eingefressen. Cool. Ah, es ist gerade irgendwie gefreit, was du passt. Oh nein, mein Sound wird ganz dumpf. Ich sterbe, glaub ich gleich. Aber so Incense fressen kann ich noch nicht. Ich glaub, das ist eine Spezialfähigkeit, oder? Mhm. Oh. Ja, dann kann ich das noch nicht. Der Crossbow sieht ziemlich cool aus. Diese Musik da. Da-da-da-da-da. Ja, wenn die Zombies das Anfang einzeln nehmen, dann singen die ihre Lieder. Oh, ist das für die Klettern. Wow. Wir sehen gleich noch unsere Lieder. Guter Gif. Au, 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 au. Nicht blockiert. Ja. Die kommen halt echt so von rechts, ne? Ich wollte gerade sagen, die laufen immer wieder von der selben Seite rein. Die lernen echt aus ihren Fehlern. Rechts geht nicht. Au, 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 au. Wir haben das ja wieder vergessen. Die wieder legen. Ja, wahrscheinlich schon. Das sind die Goldfisch-Zor. Oh, ich seh den gar nicht. Ich seh nur seinen Helm, so ein kleines Stückchen, den einen hier. Schon ein bisschen feige. Der schießt da aus einer Deckung raus, wo er mich trifft, aber ich ihn nicht. Boah, sag. Ja. Nein, Hilfe. Ich bin gestutzt. Nein. Eingefroren. Ah, verdammt, ja. Ja, das ist auch eine andere Klasse vom Wissenschaftler. Der Wissenschaftler ist ja auch Supporter. Okay. Da gibt es dann halt auch die Eis-Variante. Das ist schon verdammt cool. Steh doch mal auf, ey. Wir haben doch nicht gewonnen mit Baron hier. Ja, ich hab mir gedacht, die Unwissen. Noch nicht hinlegen, Benni. Wir haben gerade so einen schönen Stein hingezogen als Kissen. Oh, ich hab gedacht, ja. Klauze raus, ist Sommer. Oh, sogar mit Heilung. Du bist volle Brumme, ja, aber, ne? Ja, aber ne schlechte. So Unkraut, oder was? Ne, ja. Ich bin voll der Mutigen hier. Ich bin echt der Mutigen gerade. Oh, hat er gefressen. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Da muss ich doch ziemlich schnell Schaden nehmen. Na, kommt Deck. Ich geh noch mal wissen, wo man überall raufspringen kann, du wundest. Neue Herausforderung. Jetzt schon genug. Au, 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 au. Ich hab jetzt schon genug. Warum können die von da hinten schießen und ich treff sie nicht? Au, okay, na, das ist feige. Also, ich würd mit der... Ich würd mit der Kaktiklinas irgendwie nicht zielen. Weil die Schüsse werden halt echt ungenau, wenn du nicht zielst. Oh, danke fürs Wiederbeleben. Juhu, ich lebe wieder. Aber sie doch ganz zu spieler ist eigentlich. Om nom nom nom. Wieso hast du neu spawnen lassen, Vex? Oh, verdammt. Du warst gerade gerade. Ich hab, ja. War auch so... Hast auch Xen gewartet, bin ich fast fertig. Ich werde dich am... Möglichsten fahren. Dann schnell, schnell neu spawnen. Ich weiß auch nicht, was ich da mache, falls ihr euch das fragt. I have no idea what I'm doing. Aber wir verteidigen gut. Ich meine, wir verteidigen gut, ja. Egal, auf soll ich winnen. Wie, ist ja egal. Ja eben. Mit Hex, Cheats, Wallhack, allem. Hex, Cheats, Wallhack ist halt alles dasselbe, aber trotzdem. Hex, Cheat, Wallhacks. Ja. Ich finde die Map aber auch nicht besonders einfach, weil der Punkt ist halt so dran offen. Ja, eben. Oh, mich wird mit der Rakete erwischt. Das kam eine richtig schöne Rekete. Das war's böse. Wow, was hat mich für ein Score, sag mal. Ich bin Erster. Jetzt würde ich am besten umeinander sind. Null. Also weil die einfach mal gar nichts bekommen haben, ist 5000 schon echt viel, finde ich. Guck mal, meine Punkte hier. Was habe ich denn gemacht? Statistiken. Perfekter Südlager. Abschussmeister. Abschussmeister und Abschussserie habe ich. Aber ich habe gar nicht mehr nützlich gerade. Na gut, wie lange nehmen wir jetzt auf den Part? Ich glaube, ich habe die nächste Runde noch mit dran hängen. Ja, komm. Ich habe leider gar keine Zeit im Überblick. So, ich mache mal Sticker auf, Leute. Wollt ihr alle sehen, ne? Ja, super spannend. 40.000er? Ich glaube, ich brauche erst mal Geld an. Oh, ich habe... Alter. Ich habe jetzt gerade mal drei Päckchen mit 75.000, 50.000 und 25.000 Münzen bekommen. Krass. Oh, okay, nur noch vier Zombies. Der hat ja scheinbar ziemlich viel Spaß am Spiel. Oh, geil. Ich habe eine Sonnenblume, eins von fünf. Spielcharakter-Sticker. Ja, ich muss mir je nachher auch das R1 genommen. Ja, erst mal gucken, wie das geht. Die Zombies sind alle abgehauen, sehe ich gerade mal. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Die waren so motiviert, glaube ich. Ja. Die haben Hoffnung gesehen im nächsten Match. Mindest ein leichtes Ziel hatten die ja in mir. Ja, drei Zombies. Jetzt werden wir bestimmt aufgesplittet, oder? Ne, aber wir könnten ja theoretisch alle das Team wechseln. Ja. Gibt es keine Beschränkung? Wie war es das, oder? Winning Team joinen, das wäre ja immer verpönt. WTJ. Ja, aber wir gehen ja ins Team. Ja, wir machen das andere ja dann zum Winner Team. Also gehen wir alle rüber. Okay. Wechseln wir einfach alle. Ja. So, Zombie. Teamwechsel fehlgeschlagen. Nein. Oh, okay. Weil die anderen das auch gehört haben. Ja, scheiße. Wir sind jetzt im Gegner-Team. Ach komm, ist mir egal, wie es meint. Stimmt, wir dürfen darüber ja nicht reden. Alle anderen sind einfach auch rübergekommen. Was ist das denn? Sind wir in so einem riesigen Kopf? Neue Fähigkeit, Knoblauch, Drohne. Oh, wie cool. Oh, wie sich das öffnet. Das sieht echt cool aus. Das heißt, Bruga ist der Einzige im gegnerischen Team. Ja. Das ist ja cool. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Was ist Zombies? Kennt ihr das noch aus der Grundschule? Alle auf Bruga! Oh, sie haben ihre Drohne zerstört. Ihr seid doch Penner. Was ist eigentlich dieses Flugzeug? Ist da oben oder? Das ist dieses Luftschiff. Der Commander ist das. Ah, okay. Du kannst das sogar kaputt machen. Dann könnt ihr das, glaube ich, scheinbar in den Leuten dich nutzen. Ja gut, hab ich auch einen Commander. Also wenn es fliegt, dann haben wir die Kommande. Genau, ich glaube, wenn es fliegt, ist auch einer drin. Ach, jetzt müssen wir genau das Level schaffen. Ich bin schon wieder hier. Ich hab dann irgendwann versucht, wiederzubeleben. Hat nicht gut geklappt. Toll. Diese Triebeldrohne ist, glaube ich, irgendwie doof. Ich hol mal die Punkte. Ich hab nämlich keiner da. Nicht, dass Bruga das noch hört. Alle Reihen in den Kreis. Ach, verdammt. Wir sind ja jetzt die Zombies. Wir werden schnellen jetzt hier. Da ist er, Bruga ist auch da drin. Das ist alles dunkel. Bruga, hast du wieder gepumst? Ja, hab ich. Tut mir leid. Das war jetzt wunderschön. Ja, komm, ich hab mal eine Giftgasmonte von mir. Autsch. Oh, dann Bruga mich einfach nicht. Ich bin der Crazy Dave's Airstrike. Oh, ich bin den. Der Crazy Dave's Airstrike, das ist dann der Commander gebucht. Okay, okay. Der Dalo hat mich erwischt. Scheiße. Der Kaktus ist echt im Nahkampf nichts zu gebrauchen, glaube ich. Wer ist im Nahkampf nichts gebrauchen? Der Kaktus ist im Nahkampf nicht gut. Ne. Nicht gerade festgestellt. Weil die Schüsse halt echt ungenau sind. Aber warum erzähl ich das eigentlich? Aber wo ist er nicht? Ach, da hinten ist Kämpfschach. Ich glaube, wenn wir den ersten Punkt schon eingenommen haben, wir gehen jetzt in die Stadt. Ich finde das halt auch so cool, wie groß die Level sind und so. Dass sie das halt gerade komplett ändern. Ja, das ist echt super. Aber die sind doch alle ziemlich stimmig. Ich finde das Design auf uns. Sind ja in vier DLCs sind ja geplant. Also aber gratis DLCs alle. Ich habe das erste gehabt vor Ort schon. Also ich muss sagen, ja noch... Ja, klar, wir sind hier los. Ja, wieder. Müssen die was bieten? Das Totspiel für 30 Euro und dann nach vier kostenlosen DLCs. Äh, vier meine ich. Habe ich gerade vier gesagt oder habe ich gerade drei gesagt? Ja. Entweder vier oder viel. Ja. Ist egal. Das geht ja noch. Ich höre die ganze Zeit die Leute hier labern. Warum ist das so? Musst du wieder, weil neue Leute connected sind. Die hast du natürlich nicht gemütet. Äh. Ja, das ist doch so ein bisschen Kinderkrankheit, ne? Ja, ein bisschen ätzend. Naja, aber du musst aber auch bedenken, das ist halt auch blöd, wenn du dein Mikrofon nicht gemütet kannst. Also wenn die Möglichkeit nicht gegeben ist. Die meisten Leute wissen das ja gar nicht, dass sie reden. Das ist aber ultra lustig dann, ne? Ja. Kriegst du noch was mit? Von wegen... Zedrick, du bist den ganzen Tag schon am Computer. Geht er endlich mal weg. Heute hat einer das... Was für die Schule tun? Heute hat er dann dasselbe Fernsehprogramm angehabt wie ich, nur dass ich halt meine Ton ausmachen konnte. Cedrick, Justin, mach jetzt Hausaufgaben. Ja, so. Ah, verdammt. Egal, ich hab die Gussgas drauf reingeworfen. Hm. Ich komm hier nicht irgendwie... Ich komm hier nicht zu Rande, glaube ich, gegen euch hier. Ich glaube, ich spiel jetzt mal... Der endet mir wieder zu mir auf. Alter Schweden, irgendwas trifft mich hier permanent. Ich weiß nicht, oder? Ah, auch so. Kanadwerfer. Hat er nicht irgendwie ein Portal da umgesetzt? Nein. Ja. Dann sporte ich das nächste Mal als Vendor. Äh, als Zeitist. Oh Gott, schon wieder mit Stacheln, wie du bist du denn? Kannst du die Kakteenwände aufstellen? Also diese Kartoffelwände? Ja. Erkommt das was? Nee, aber ich muss drei davon kaputt machen. Achso, warte. Achso, wir werden noch mal. Warte, ich stell mal welche auf. Äh, ich bin so weit weg, hab ich die Schoß mir umgebracht. Ohne Grund. Ohne Grund. Ich hab nichts zu ver... Ah, hat doch... Sehr schön. Jetzt kommt die Rakete. Was? Abgeschossen von Druga? Wurde mich, die Falle entschauen, ja? Kannst du jetzt nicht hochladen? Nee, das ist... Jetzt ist die Aufnahme abgebrochen. Das geht nicht. Ist vorbei jetzt. Ragequit. Einfach... Aus. Aufnahme. Wo ist das? Ah, hier fliegen überall Fetzen rum und ich weiß nicht, wer schießt. Nein, drei Frames die Sekunde. Autsch. Ich hab keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber lustig. Na los, Vax, du hast einen Schuh verloren. Da hab ich. Oh. Ja, wenn ihr schon, äh, Blutkast, dann wollen wir doch auch schießen. Alle Dackenhaus. Jetzt rein in den Garten. Oh, ja, der Falle und so. Druga ist schon wieder hier. Boah, ich hab's wieder da. Oh, Druga. Oh, genau im Fallschmoment nachladen müssen, ist doof. So ein bisschen nervig der, ne? Also die haben da schon die böse Fallen aufgestellt. Ach Gott, wenn wir nur noch 30 Sekunden, dann vertreiben die das ja auf einmal. Ich komm wieder. Ich komme wieder. Ich bin so ein bisschen der schwarze Peter, egal für welche Schritt. Für mich hat der jetzt verloren. Wie viel Leben seine gehabt haben denn diese komischen Football-Spieler, Samo? Ich glaube 200. Mehr als 9000. Zu viel. Aber 9000. Geschafft es noch. Was war's? Hängt euch rein. Oh, 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 oh. Ich hänge hier richtig. Das Tod dreht. Ich weiß nicht, wo was... Oh, da ist ja so ein Schwanze. Ja, die macht das. Ja. Overtime, solange wir drinstehen. Oh nein, Klob, nein. Yes. Aber wir haben den ersten Punkt geholt. Oh, schön. Den habe ich nie da gehabt. Besser als Fritten aus dem Mülltonnel. Hm. Ja. Das ist super. Oh, ich bin Zweiter. Was habe ich dann? Erstmal schön alle stummschalten. Schnell noch ein Paket öffnen. Vielleicht auch. 45.000 habe ich. Ich habe für den Soldaten was Neues. Den Paintball-Soldaten. Oh, die sind Incredi-Plan. Super. Einmal Zombie habe ich. Einen mit Hütchen, Pylonen. Cooler Augen für der Wissenschaft. Oh, jawohl. Ich habe jetzt den Steampunk. Den Steampunk-Kaktus. Der Stern. Der Vorlagenmeister. Ich mache jetzt nochmal hier. Man wird ja leicht süchtig, ne? Ja. Oh, ja. Der Part ist auf jeden Fall zu Ende, würde ich sagen. Geil, ich habe einen Soldaten bekommen. Du, was du bist zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.